Ja moin Freunde und willkommen zurück auf meinem Kanal. Es ist Passaround Zeit. Die Maxi von der Altona Silberwerkstatt Schrägstrich Knife Lounge hatte gefragt, ob jemand grundsätzlich Bock hätte auf ein Passaround. Sie hatte verschiedene Modelle und man sollte mal einfach, wenn man in entsprechenden Netzwerken aktiv ist, wie hier auf YouTube, sich doch einfach mal melden. Ich bin dankbarerweise markiert worden und habe die Gelegenheit natürlich unheimlich gerne wahrgenommen, dann auch meinen Hut in den Ring zu werfen oder meinen Namen in den Hut zu werfen, wie auch immer. Und entsprechend positiv war das Feedback. Ich darf dabei sein. Was ich dann in der Folge zugeschickt bekommen habe, das befindet sich hier in dieser kleinen Box bzw. auch schon auf dieser Seite in anderer Variante ausgepackt. Ihr seht, es handelt sich um ein Giant Mouse Ace und zwar das neue Modell Jagd. Jawohl, Jagd. Ihr könnt euch jetzt relativ schnell zusammenreimen, was das wohl auf Deutsch heißen könnte. Das ist kein Geheimnis. Das heißt, wir haben hier einen Giant Mouse Folder, der etwas jagdlich, in Anführungszeichen outdoorig ausgeführt oder angehaucht ist. Das wollen wir uns natürlich jetzt mal in Ruhe anschauen und aus diesem Grunde machen wir ein gemeinsames Unboxing. Ich habe da zwei andere Messer liegen. Zum einen hier das Pilar, Voxness Design. Warum das da liegt, sollte relativ klar sein. Einfach mal, um auf die Design-Eigenheiten einzugehen, auf die Besonderheiten, die vielleicht viele, viele der Designs von Jesper Voxness, Jens Anso, in dem Fall dann Giant Mouse, gemeinsam haben. Das, was aus der Designsprache hier aus dem Pilar dann auch ins Jagd eingeflossen ist. Und natürlich mein heiß geliebtes Ace Farley. Ja, sehr stark geliebt, wie man äußerlich vielleicht schon erkennen kann. Das war auch tatsächlich in meiner Hosentasche bei meinem Motorradunfall. Seither habe ich dann vielleicht nicht ganz so oft das Farley eingesteckt wie zuvor, aber immer noch wirklich, wirklich eines der Messer, die ich über alles liebe. An dieser Stelle auch einen ganz lieben Gruß raus an Tobi von Dinge, Sachen und Zeug. Der hat mir das Ding nämlich, als es bei ihm war, auch nochmal richtig scharf gemacht. Tobi, ganz, ganz lieben Dank an der Stelle nochmal. Aber jetzt schauen wir uns das Jagd doch mal an. Der typische Giant Mouse Karton. Darin auch nicht groß irgendwas Überraschendes. Wir haben wieder das Jute-Säckchen und die kleine Karte. Ihr könnt dann gerne mal Pause machen. Congratulations on your purchase of a Giant Mouse Knife und so weiter und so fort. Auf der Rückseite dann. Hashtag Giant Mouse Knives. Das heißt, seid ihr auf Instagram oder sonst wo unterwegs? Gerne dann diesen Hashtag benutzen. Kartonchen kam beiseite. Das kleine Säckchen. Auch dann das Logo nochmal in dem Fall aufgedruckt. Wirklich nett. Und dann meine liebste Variante natürlich das grüne Mikata. Wie schön das nachaltert, könnt ihr hier dann am Farley nochmal sehen. Ja, einfach großartig. Hier könnten wir dann auch tatsächlich schon so ein bisschen die Verwandtschaft feststellen. Wenn ihr euch mal die Winkel anschaut, die Radien, dann ist relativ schnell klar, dass diese beiden Messer doch aus dem gleichen Stall kommen. Die Art und Weise, wie die Fräsungen für den Pocket Clip gemacht sind. Mit der Schraube in dem Fall dann matt ausgeführt. Auf der Rückseite dann der Draht Clip. Also man kann die Ähnlichkeiten auf jeden Fall schon erahnen, wenn man weiß, worauf man achten muss. In diesem Fall haben wir ein Flipper Design mit einem Klingendurchbruch. Der erinnert natürlich dann auch ein ganz klein bisschen ans Pilar. Auch wenn er hier ja deutlich optisch anders ausgeführt ist. Nichts desto weniger die Möglichkeit, die Messer per Spidey Flick zu öffnen, sind beide Male absolut grandios. Das war jetzt das überhaupt erste Mal, dass ich das grüne geöffnet habe. Das heißt, das Feeling dafür ist noch nicht ganz da. Ihr seht beim zweiten Mal, ja, läuft wie Sahne. Ich hatte zuerst ein ganz klein bisschen Bedenken, was den Flipper angeht. Ist ja doch sehr klein ausgeführt und hier vielleicht dann doch mit einer etwas zu spitzen Kante. Diese Bedenken haben sich eben nur verflüchtigt, nachdem ich das Ding das erste Mal dann, also ein anderes, das da liegt und gleich kommt, zum ersten Mal über den Flipper geöffnet habe. Das Ding funktioniert einwandfrei und das Schöne ist, durch die Bauweise und die Winkel hier unten am Griff, verschwindet der Flipper-Tab fast komplett. Das gefällt mir ausgesprochen gut. Sehr unaufdringlich im Design und auch im geschlossenen Zustand steht da halt nicht viel über. Das ist clever gemacht, das gefällt mir ausgesprochen gut. Ihr habt die Klinge gerade schon im geöffneten Zustand gesehen. Wir haben so einen leichten Nesmuck-Style. Wir haben nach vorne hin den kleinen Buckel. Die Klingenspitze ist sehr weit hochgezogen. Wir haben einen schönen weichen Radius, einen langen Belly. Der gerade Teil der Klinge ist vielleicht 40%. Dann geht es schon über in diesen sanften Schwung. Wir haben relativ weit vorne angebracht einen Jimping. Das ist natürlich zum einen, wenn du kurz greifst, dass du mit dem Daumen hier schön Druck ausüben kannst. Aufs Schnittgut, was auch immer du gerade schneidest. Zum anderen natürlich auch als Führung für den Zeigefinger solltest du es tatsächlich jagdlich nutzen. Wobei ich glaube, da würden die meisten Leute dann doch noch ein Stückchen weiter nach vorne greifen und vielleicht sogar die Klingenspitze mit dem Finger ein ganz kleines bisschen abdecken, um nicht irgendwelche inneren Organe zu verletzen, wenn sie das Wild versorgen. Ansonsten gibt es an der grundsätzlichen Verarbeitung überhaupt nichts auszusetzen. Das Messer ist absolut fantastisch ausgeführt. Stahl in dem Fall, MagnaCut, CPM MagnaCut, ist ja im Moment allgegenwärtig, möchte ich fast sagen. Du findest ja kaum noch einen Hersteller, der mittlerweile nicht auf MagnaCut setzt. Finde ich natürlich begrüßenswert, weil es wirklich ein tolles Zeug zu sein scheint. Ich nutze den ja auch schon eine ganze Weile am Tactile Knife Bear und bin entsprechend auch richtig, richtig glücklich damit. Der Anschliff der Klinge ist ein fast komplett hochgezogener Flachschliff. Wir haben hier noch winzig kleine Flats stehen gelassen, was meiner Meinung nach die Klinge optisch auch interessanter macht. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Finde ich wesentlich attraktiver als komplett hochgezogen. Die Klinge ist ziemlich fein ausgeschliffen. Ich würde mal behaupten, irgendwo so um 0,35, 0,37 rum. Auf jeden Fall meiner Meinung nach, ja, könnten auch 0,4 sein. Ich will mich da nicht festlegen. Also für so einen großen Folder ausreichend fein und dabei nicht so fein, dass du Gefahr läufst, dass du dir vielleicht direkt Ausbrüche in die Schneide holst. Wie es mit dem MagnaCut im harten Einsatz aussieht, solltest du das Ding jagdlich nutzen und tatsächlich mal auf den Knochen treffen. Das kann ich überhaupt nicht beurteilen. Meine Aufgaben sind dann doch eher Briefe, Pakete und Blisterverpackungen beziehungsweise vielleicht auch mal ein Paketband. Da schlägt er sich bisher hervorragend und wer das Bär kennt, der weiß, wie dünn die Klinge ist. Und ich hatte noch niemals Probleme mit Ausbrüchen, also selbst bei Paketband nicht. Und auch bei etwas festerem Paketband hat das Ding bisher absolut fantastisch performt. Und hier hast du definitiv ein ganz klein bisschen mehr Material und entsprechend auch eine höhere Reserve, eine höhere Sicherheit, was die grundsätzliche Stabilität deiner Phase, deiner Schneide angeht. Ich habe jetzt hier von so einem Paketaufkleber noch so einen kleinen Zettel rumliegen. Da habe ich auch schon mal einen Test drauf gekritzelt und hatte mit einem anderen Folder mal probiert. Die Dinger kommen wie immer von Giant Mouse absolut brutal scharf. Das geht widerstandslos durch Taktier und das Geräusch zeigt auch direkt, wie scharf die Klinge tatsächlich ist. Das gefällt, das auch über die gesamte Länge. Die Schneidphase ist absolut perfekt. Das kann ich gar nicht anders bezeichnen. Auf beiden Seiten absolut symmetrisch, wunderschön ausgeführt. Insgesamt ein Messer, das mir ausgesprochen gut gefällt. Die klassisch angehauchte Klingenform, sehr moderner Griff. Mein absolutes Lieblingsmaterial, das Mikata auch noch mit diesen Fräsungen versehen, die so einen ganz kleinen Bogen beschreiten. Du hast dann hier oben diese Ripples, die so ein bisschen mehr Grip geben, ein bisschen Textur geben, fast schon in Jimping ersetzen könnten. Genügend Griff, obwohl der Zeigefinger-Joy relativ weit nach hinten gesetzt ist. Klar, es ist eine Flipper-Konstruktion. Du brauchst hier vorne ein bisschen mehr Platz. Nichtsdestoweniger bleibt Platz für alle vier Finger. Auch das ist hervorragend. Die Handlage ist toll. Der Clip stört nicht. Das ist auch immer ganz wichtig. Schön auch der Titan-Backspacer mit dem kleinen Lanyard-Loch. Also alles in allem wirklich, wirklich eine hervorragende Konstruktion. Tolles, tolles Taschenmesser. Habe ich auch noch nicht gezeigt. Aber ich glaube, das ist auch mittlerweile selbstverständlich. Der Liner-Lock verriegelt absolut perfekt und 100% sicher. Lässt sich fantastisch lösen. Der Klingengang ist toll. Der Klingenstand ist absolut mittig. Was soll ich sagen? Das Ding rockt sowas von. Jetzt machen wir ein ganz klein bisschen Platz, damit ich das Mikata in grün ein bisschen nach vorne schieben kann. Das, was ich als erstes in die Finger bekommen habe, war das schwarze Mikata. Wirkte auf mich zuerst wie ein G10. Ja, ist vielleicht einfach der Farbgebung geschuldet. Ich habe tatsächlich dieses Messer in zwei Varianten, denn zuerst ist nur eines an mich rausgegangen. Die anderen wurden mir danach geschickt und da war schwarz nochmal mit drin. Ich werde jetzt einfach das zweite nochmal auspacken und daneben legen. Das ist das, mit dem ich halt schon ein ganz klein bisschen gespielt und geflippt habe. Schöner Akzent, der golden anodisierte Backspacer. Die Action auch hier traumhaft gut. Wir schauen uns ganz kurz das zweite schwarze im Vergleich an. So, da können wir sehen, die grundsätzliche Struktur und die grundsätzliche Farbgebung ist sehr, sehr ähnlich. In Details sieht man natürlich die Unterschiede, das ist vollkommen klar. Aber die sind schon sehr, sehr nah beieinander. Das heißt, what you see is what you get. Also die sind jetzt so nicht dramatisch unterschiedlich, dass man sagt, ich habe hier ein Taschenmesser bekommen, das mir optisch überhaupt nicht gefällt. Und wenn du das Modell gesehen hast, hier im Video oder auf der Homepage, dann ist es einfach so, dass du weißt, was du erwarten kannst. Du weißt, was du bekommst. Und das finde ich unglaublich wichtig. Ja, ein Jagd wäre nicht ein Jagd, wenn es nicht auch noch die jagdlich-orange Variante gäbe. In dem Fall in G10. Ich weiß, wie viele draußen total auf diesen Look stehen. Das unterscheidet sich nicht nur durch die Wahl der Griffmaterialien, sondern auch im Stonewash-Finish auf der Klinge. Ich bin ganz ehrlich, das Satin gefällt mir besser. Und natürlich ist meine bevorzugte Variante das grüne Mikata mit der Satin-Klinge. Aber ich kann unheimlich gut verstehen, wenn jemand sagt, das Orangefarbene macht mich total an. Das ist meine Wahl. In dem Fall dann auch wieder mit dem silbernen Backspacer. Die Action identisch. Fantastisch. Die Optik halt ein bisschen anders. Ich bin so ein bisschen vom Stonewashed weg. Was auch immer der Grund sein mag. Ich habe mich zwischendurch auch für unterschiedliche Griffmaterialien interessiert. Ich glaube, das ist einfach so eine ganz normale Entwicklung zwischendurch. Dass man sich auch mal für andere Dinge dann interessiert und dann mal in eine andere Richtung geht. Die einen nennen das vielleicht einfach nur, ja, man braucht mal was anderes. Die anderen nennen das vielleicht eine ganz normale Entwicklung, Evolution. Wie auch immer. Ich bleibe bei meiner Vorliebe für das Green Canvas. In dem Fall mit der Satin-Klinge. Aber nichtsdestoweniger. Fantastischer Folder. Preise habe ich tatsächlich gerade nicht im Kopf. Aber schaut gerne unten in die Videobeschreibung. Erster Link ist selbstverständlich der zur Knife Lounge und den Giant Mouse Modellen. Dort werdet ihr dieses natürlich dann auch finden. Zum Abschluss möchte ich einfach nochmal richtig fettes Danke raushauen. An die Maxi, an alle Mitarbeiter von der Knife Lounge. Ich finde es toll, was ihr da für einen Job macht. Toll, dass so eine Aktion mit dem Passaround oder den verschiedenen Passarounds jetzt mal wieder läuft. Das ist ein bisschen was, was mir in der letzten Zeit in der Messerszene auch gefehlt hat. So was einfach nochmal zu sehen. Teil davon sein zu können. Das freut mich riesig. Ihr habt ja alle mitbekommen, das letzte Jahr war für mich nicht unbedingt das Einfachste. Also toll, dass ich jetzt auf diesem Weg die Option habe, hier auch wieder Teil von so einer tollen Nummer zu sein. Also ganz, ganz lieben Dank raus. Euch anderen, allen Zuschauern möchte ich natürlich fürs Zuschauen danken. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch einen tollen Tag, einen tollen Abend, wann immer ihr das Video seht. Und ich sage wie immer, wir sehen, hören und lesen uns schon bald wieder. Bis dahin. Bye, bye.